Und damit kommen wir auch jetzt zur Übergabe der Pokale und zwar aus den Händen des DMSB-Sportpräsidenten Herrn Hans-Joachim Stuck, der Pokal für den Sieger in der Herstellerwertung für Dieter Gass. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Das ist der Fall. Das ist der Fall für Marco Wittmann. Gratulation und Umarmung für alle Beteiligten. Jetzt würde ich euch bitten, noch einmal zusammenzustehen für das Foto. Während im Hintergrund unser kleines Feuerwerk abgeht. Einmal den Pokal nach oben, dann noch einmal nach vorne treten, bitte mit den Pokalen, dass die Fotografen auch was davon haben und keine Stange im Bild steht.